Herzlich willkommen heute hier im Bürgerzentrum Vorweiler. Mein Name ist Gute Weber, ich bin die Leiterin und ich freue mich ganz, ganz besonders heute wirklich eine Neuerung vorzustellen, die wir jetzt einmal in der Woche im Bürgersaal 4 haben, nämlich einen barrierefreien Spieletreff für Kinder und Jugendliche und Erwachsene natürlich hier im Stadtteil und das regelmäßig, jeden Montag von 14 bis 20 Uhr. Wir hoffen, dass das Angebot angenommen wird, weil es ist barrierefrei, es ist integrativ und die Leute, die das betreuen, die freuen sich schon riesig, neben all den Computer- und digitalen Welten, die wir haben, auch hier ein paar Spiele anzubieten, wo man noch miteinander spricht und miteinander in Kontakt kommt. Ich wünsche diesem Projekt, das wir natürlich auch ein bisschen unterstützt haben, einen Riesenerfolg und freue mich, dass ab heute hier ein Spieletreff ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.